Der Umgang mit Migranten zählt zu den zentralen innenpolitischen Themen. Deshalb hatte Kanzler Scholz die Länder, aber auch die Union schon vergangenes Jahr eingeladen, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Mit den Ländern gelang das in Asylfragen, nicht aber mit CDU-Chef Merz. Nach der Messerattacke von Solingen bot der CDU-Chef dem Kanzler an, an den Koalitionspartnern vorbei, Lösungen auszuhandeln. Darauf hat sich die Ampel nicht eingelassen. Heute kommen Bund, Länder und Union zusammen, um gemeinsame Wege auszuloten. Grundlage sollen Vorschläge der Regierung sein. Fragen dazu an meine Kollegin Claudia Kornmeier. Wie sehen die Vorschläge, die da diskutiert werden, im Einzelnen aus? Beim Thema Migration werden einige Verschärfungen vorgeschlagen. Da geht es z.B. darum, bei den Ausweisungsgründen die Liste noch einmal zu verlängern, zu erweitern. Außerdem wird vorgeschlagen, dass Flüchtlinge, die ihr Asylverfahren eigentlich in einem anderen EU-Staat durchführen müssten und auch könnten, dass die hier in Deutschland gar keine Sozialleistungen mehr bekommen sollen. Außerdem schlägt die Bundesregierung eine Taskforce vor aus Bund und Ländern, die sich mit der Abschiebepraxis und einer Verbesserung dieser Praxis beschäftigen soll. Da geht es z.B. auch um solche Punkte wie, dass es ausreichend Abschiebehaftplätze gibt. Will die Union noch mehr? Ja, und das fordert sie jetzt auch schon seit einigen Tagen immer wieder z.B., dass es generell Zurückweisungen an den deutschen Grenzen gibt. Also nicht nur dann, wenn jemand an der Grenze kein Schutzbegehren formuliert, sondern immer im Prinzip. Dafür sollen auch die Grenzkontrollen ausgeweitet werden, so wie wir das während der Europäischen Fußballmeisterschaft hatten. Und das Ziel bei all dem ist, das formuliert die Union auch immer wieder so, dass die Migrationszahlen spürbar gesenkt werden. Da kommen dann auch alte Forderungen wieder aufs Tableau, wie z.B. Asylverfahren in Drittstaaten. Das ist etwas, was das Bundesinnenministerium schon angefangen hat zu prüfen, wo es einmal bisher auch noch keine weitere Bewegung gegeben hat. Claudia Kornmeier, danke nach Berlin.